Willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Wir starten jetzt noch einmal Moment Ich sag euch gleich, wie man neu starten tut, falls mir wundert, was passiert Äh, äh, wie ist es? Ich kann schubeln Ach, er ist geschafft und geschenkt Ich dachte, ich kann nicht lesen Ich kann nicht lesen Internet heißt mal, das Reich macht gleich Ich bin da doof, Alter Sorry Ich dachte, Internet wäre das Reich macht gleich Scheiße, nochmal Was ist mir jetzt passiert? Bin immer neugierig Wenn ja, wird normal ausgeglichen Und ich sag euch gleich, wie das passiert Und nochmal Hahahaha Und ne Konkurrenz Yay Mario wird ausgenockt Hahahaha Mario wird ausgenockt Das ist geil, Alter Er wird ausgenockt, ey Find ich immer wieder cool Für diesen Fortschritt erstmal ein Safe State Nein, nein, verirrst es Ich geh da nicht lang Ich weich da mich Ja Schlager Schlager Ich lass mich nicht verherschen Ich lass mich nicht verherschen Ach, sie lässt sich nie verherschen Nicht wahr? Niemals Naja, doch manchmal Niemals Niemals Los, soji Los Ich fau jetzt nach hinten hier Einfach nach... Ah ne geht er ja gar nicht Niemals Niemals Ich geh nur bei Mario Party 3 nach hinten Wie hieß das? Unkia Pilz Der wär auch sehr hilfreich, aber Problem ist Ja, mal komm Mario Party 3 Items drinnen Ja, nicht so richtig Außer die Diese Sterneuhre Die sie extrem vergünstigt haben Mario Party 2 kostet Teil 50 bis 50 Glocken, Alter Ja 30,50 kostet bei Mario Party 2 Also fast doppelt da Tether Spüler Trio Tether Spüler Trio Oh, jetzt bin ich dran Hahaha Jetzt ist aber damit Ja Psycho spielen Jetzt darf ich alle ausnocken Hahaha Schön Kommt her Kienberg Kommt her Ja Ich knuck euch alle die Hockfresse aus Niiiihihi Hahaha Das war doch lustig Leute Das geht doch lustig weiter Haha Luigi ist in einem Stern besser Naja, scheiß auf Das hat ihr beim Bowser Trader Champions hier weiterlaufen lassen 7 6 5 4 5 6 5 6 6 10 10 10 10 11 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 Los, Ge-O-T-O-T-O-T Oh, yeah! Sie hat noch ein Geheimnis! Cool! Ich frage mich, was diesmal das Geheimnis ist. Vielleicht ist es! Oh nein! Das ist doch das Geheimnis von SpongeBob in der Weihnachtsfeier! Von Patrick das Geheimnis! Wir wissen das Geheimnis von SpongeBob in der Weihnachtsfeier! Wir sind so cool, Mensch! Wir wissen das Geheimnis aus der Weihnachtsfeier! Ich weiß es nicht! Ihr bestimmt auch nicht! Rasante Reibe! Ach, ernsthaft? Geht's denn nicht melodramatischer? Nein, garantiert nicht! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! ok da freut sich das kind aber richtig lust bengel 7 6 5 und der hat die nächsten sterne hat schon wieder kinder kauf da mal nein sag ich jetzt er hat wieder ein wunderschönes trickfeld aus hier kommen wir dürfen noch mal ein weiteres geheimnis ist auch nicht nix von mir und sagt hier hat er hat diesen das gemacht und ich weiß nicht was ich gemacht habe ich bin so schatz die blitzen also ich bin empört auch ich bin wieder dran der welt den karten und partner beenden bis zum nächsten glücklicherweise ich bin selbst hätte macht aber okay jetzt muss ich mir nächstes mal wieder merken ja ich will mir nichts merken ich bin gerade ziemlich so viel cash aber ok aufgefressen mensch das wäre ein noob los wundervoll toad los wundervoll toad Ok. Das sieht bei ganzem Teamspiel aus. Es wird immer reicher, das Kind. Ah, wie schön. Niesmal leidst du dir den Stern, warte ich, wenn du lass dich weg. Niesmal wirst du diesen Stern gewinnen. Sonst bin ich ganz, ganz böse auf dich. Er wird den Lockerjuth. Oh nein, nicht das Spiel schon wieder. Das kann ich nicht, nein. Wir kennen das Drama noch von folgendem Part. So, Moment. Und weiter jetzt. Augenblick. Ich weiß ja nicht, wie ich da 22 Sekunden schaffte, aber das ist mir ein gewisses Rätsel. So, Waluigi drehen lassen, ich drehen lassen. Hier legt er viel zu viel Trash rum, ja. Was soll er nicht irgendein Strähn tun hier? Yay. Haha. Sehr schön. Prima, Luigi, hast du gut gemacht, gutes Kind. Okay. Das kann man nicht so gehen lassen, aber okay. 해�la. Ich hoffe, ich lass dich nur horas spielen lassen. Aber es ist soko. Okay, jetzt mach dich denke ich aber auch ab. Und dann komm mal wieder raus Wow, das ist gut servierend. Ach, das ist zu pattern장이 nicht so falsch gemacht. Die sind auch trooperabelas. Die sind sehr warm okay, aber die anderweiteriens. Die haben nicht. Tränen. Ich bin gerade sogar einen Jaime hierherdsel. aus den Augen. Da kamen mir die Tränen aus den Augen. Geile Sache. Okay. Das schicke ich nicht. Ist aber was ordentlich geht hier. Was kommt? Lundenrunde. Bitte mit Safestate. Wer ist eigentlich Nachspannig dran? Ach, Mr. Mario, Perio, Perio. Sollte ich schon, oder? Das ist eine bestimmte Effekte für mich jetzt, oder? Oder auch nicht. Okay. Haar scharf, aber... Oh doch, Mario! Oh doch! Puste, du der Puste. Ist das mein Fail? Oder auch nicht. Ich... Weil wir es wenigstens einmal gepustet haben. Ja, genau, ja! Siehst du, es war ein Sport? Hä? Schafft er locker nicht. Hör auf zu pusten! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Benge! Haha! Ein bisschen Arschloch, ey! Jöööö! Ich bin so kriminell, Alter, das ist doch unvorstellbar. Spider-Caper, warum bist du so doof? Ich doof sein? Ja klar doch. Hier kommt Mario. Und ein Safestate bitte. Nur zur Sicherheit. Komm Luigi, komm! Oh, wir sind hier, die gefeutert werden, ist ja biologisch. Wir werden wieder vollgepisst und gedisst, Alter. Ist ja klar, sie werden gar nicht aushalten. Luigi, du bist so dumme Benge, ja. Warum müssen wir überdrehen, weil sie sonst immer gequält werden? Die Geringsten werden hier gequält. Ich bin draufgeblieben, ja, ja. Kommt die blöde Spange wieder gegen Geld? Oh, du Scheiße, aber okay. Blöde Spange. Das ist so geil, ey. Er kackt dir was von ab, ey. Wow, Marios erster Stern. Wow. Da freuen wir uns alle. Yay. Wer freuen sich da schon? Spider-Folge. Freuen sich die ganze verfickte Weltgeschichte darüber. Oh. Wie hat der Mario noch Geld abzielen, ey. Also nein. Geht er mir so gar nicht. Noch ein für Jesus. Noch ein für Jesus. Noch ein für Jesus. So, Taurios. Oh, du bist dran. Also mein Name, ich bin dran, ne? Auf Wiedersehen. We turn to the spawn point. Oh, das hat man so besser auch gehabt. Ach, Benji. Doch. Schlingernde Schützen. Ach. Der rotzt ja schon wieder. Ach. Ach. Der rotzt ja schon wieder. Ach. Ich glaube. Ach. Dieser rotzt ja schon wieder verschורה. ich sehe nicht wie man da gewinnen soll ja dann muss der eigentlich auch die dinger steuern aber ist komischer als waluigi steuert ja das ding wie viele runden ich habe ich bin schon fast bei der top 5 also das ist die letzte runde in diesem part tut mir echt leid wenn ich glück habe könnte ich es noch mit dranhängen nein ja mach einfach dort ist unser nächster stern wie schade wer ist das pobe alter pobe okay Okay. Ob er noch Mario-Felte kommt. Und nur Gott weiß, was da drin ist. Okay. Flucht im Finstern. Alle gegen Mario, okay. Ja, ich spiele Minecraft. Minecraft, yeah. Spawn Cage! Wer ist denn tausend von Mario-Zombies? Hahaha. Den Klauen ist alle Yate. Boah, das ist Diener. So, wie es weitergeht im Next Part.